einen wunderschönen guten namen meine freunde herzlich willkommen hier wieder im live stream beim fuchs wir legen heute wieder los mit world of warcraft da freue ich mich schon drauf ja meine aufgabe endlich level 120 schaffen und so alles mal mitzunehmen so sieht das weiter aus so ich bin ja hier wieder ein wunderschönes dorf geritten wo hast du denn hier hatte ich mir zu lange also schon fast zu klein hat letztes jahr immer an obwohl die letztes jahr stehen sie möchte ich nicht mehr mit diesem einteiler hat jetzt noch 10 kunden ok aber eigentlich ist es voll gemütlicher wenn man sich umdreht und die decke weg ist dann ist man immer meine decke weg ist und ich meine arme hochheizen und ich umdrehe ist mein po mein bauch oder mein rücken frei und was ist immer aufgedeckt wo wir gelandet sind in welcher ecke wo finde ich mich ach so wir sind jetzt wieder nicht stimmt hier sind wir genau schöner wir haben auch noch ein paar quests aber das machen wir mal ein bisschen später ich weiß gar nicht warum wir eigentlich herkommen das ist schon ja drei tage hier wir springen er war doch da oben hier ist er was los auf dem Schiff hier gibt es nachher auch die da ist er, der Missionstisch ja leider bin ich ja noch nicht so weit mit dem mit dem naja also 115 muss man mindestens sein wir sind die Söhne und Töchter der Allianz Möchte das Licht mit euch sein als einer der größten Helden der Allianz spielt hier eine tragende Rolle in unseren Bemühungen diesen Krieg zu gewinnen wir dürfen nicht zulassen dass die Horde mit den Sandalari eine Front bildet zu eurer Unterstützung habe ich eine Gruppe der besten Krieger aus ganz Azeroth abgestellt die 7. Legion angeführt von Hochkommandant Halford Wyrmbann es ist eine Ehre an eurer Seite zu stehen Champion für Situationen die etwas mehr Fingerspitzengefühl erfordern stehen euch Meister Matthias Shaw und seine Agenten des SI7 zur Verfügung Champion meine Pflichten rufen mich zurück nach Sturmwind aber ich freue mich bereits auf eure Fortschritte ich bin überzeugt dass dieser Feldzug in fähigen Händen liegt viel Glück euch allen Gute Reise mein König Möge das Licht mit euch sein mein König also dann Champion je früher wir beginnen desto besser einer unserer Agenten ist bereit für eine wichtige Mission um euch ranken sich mehr und mehr Legenden den kann ich ja auch noch nicht benutzen unser Werk ist begonnen so aber hier stehen ja auch viele also gibt es hier was gucken wir hier an wir kämpfen in den Schatten seht in die Schatten gut also komme ich erstmal hier nicht weiter erstmal es braucht schon einiges um ein Nistgipfelgreifen runter zu holen da kriege ich meinen ersten Was muss getan werden? 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 Ich habe letztens in Malo, da sind 10 drin, das kleinste was es gibt, oder waren da nur 5 drin? Was muss getan werden? Ja? Was muss getan werden? Was muss getan werden? Was muss getan werden? Was? 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 Beim Licht, der erste Schlag wird unserer sein? Ja, dann schön mal in dem gebiet wo wir jetzt gerade aktuell sind men,… Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Bei der Macht der Allianz, unsere Feinde werden untergehen. Das ist ein Schicksal. 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 Pass her! Willkommen. Er hat gegrüßt. Er hat gegrüßt. Das war's für heute. Was führt euch hierher? Und? Lebt wohl. Könnt ich denn, bevor ich weitermache? Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Was ist das? Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das stimmt. Aber vielleicht kommt dir das auch nur so vor. Ich hast aber auch im Umfeld Leute, die noch viel schlimme Regeln haben als du. Ich bin außerhalb weiter. Ich bin außerhalb weiter. Ich bin außerhalb weiter. Vielleicht wird es ja irgendwann bemerkbar machen, wenn die Kinder älter werden. Vielleicht macht es sich dann bezahlt. Ich habe mit deiner Erziehung herausgefallen lassen. Heute ist meine Erziehung ziemlich schlecht. Heute machen wir auch einen Kuss zu kriegen. Das ist ja genau wie Sache auch mit dem Internet. Alle anderen haben sowas nicht wie Spielvolumen. Außer Sonny hat es noch schlimmer. Er darf nur einmal die Woche spielen. Das ist ja noch viel schlimmer. Gerade wo auch die Eltern, wo man es gar nicht erwarten würde. Das ist ja die Frage. Wie sind denn die Kinder da auch in der Schule und so? Wie oft sind die Kinder da draußen? Wie verhält sich das alle? Und eigentlich ist es auch nichts schlimmes, weil laut, äh, laut, weiß ich mal, der Regierung oder der Polizei und selbst oder weiß ich was, Pädagogen oder weiß, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Also ist es schon okay. Wenn ich so ein Kind hier die Möglichkeit habe, jeden Tag drei Stunden lang zu konsumieren, das ist doch schon viel, oder? Weil es bleibt ja nichts mehr von seinem Tag übrig. Er kommt von Schule und dann könnte er sich drei Stunden ranhängen und dann ist es schon abends. Also von daher, ähm, was willst du denn ihm noch geben? Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt schon auf Leon sind. Ich rede hier auch gar nicht mehr. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich irgendwas ändern will. Nein, nein. Das war jetzt nicht, nicht direkt auf Leon schüttelt. Es war einfach nur halt so auf die, auf die Sache, ob wir das falsch machen. Faschiste? Ob wir zu streng sind da drin, weil andere das nicht sehen. Aber, aber gut, er hat sich ja, er hat, er ist, es ist ja so gewohnt, also. Ja. Von daher ist es jetzt nicht irgendwie tragisch oder so. Es ist ja irgendwie auch noch andere, wo er kommt. Die das passiert hier, die die Kriterung hat, was wir hier drücken. Einmal, was du mir puis trásst? Naja. Ich bin nicht für alle, was du da drücken. wenig ist. Ich hoffe, er war schon so froh, er ist ja wochenlang so klar, dass da irgendwie als wenn er, wie weiß ich wer, im Fußballfeil, oder sag ich jetzt mal, und er müsste da üben für ein Spiel. Finde ich irgendwie, aber es geht wahrscheinlich erst los, dass er dann für die, fürs echte Leben sich vorbereitet. Was man auch die Möglichkeit hat vielleicht, wenn er so, also dass ich die Leute auch vielleicht auch mal so auf der Wache trage, weil er nicht immer nur jeden Freirad. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Mhm. ich habe kein ziel und auch ein jahr später denke ich also wie du schon sagst auch wenn er wieder nächstes jahr weg ist aber jetzt ist glaube ich ruhe war halb neun aber auch bis dahin dürfte die nicht so lange wach bleiben ja hier sehe ich noch aufkommen ja die liegen hier alle schon so für richtig oben steigt an der quest die annäher heute mal zurück ich bin hier alle irgendwie mal anklicken hier wenn wir gleich machen sollen ach genau Für das echte Königreich! 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 mit eurer Anwesenheit zu schänden, schwellt an, ihr Wasser, erhebt euch und lösch diese Eindringlinge aus. Ich meine, sobald ich die ganze Zeit umgebracht habe, sobald ich zum Kaffee einladen muss. die 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 Oh mein Gott. Sturmsang hat diesen geweihten Ort geschändet. Wir müssen sein übles Treiben ungeschrieben machen. Das sieht sehr schrecklich aus. Okay, ich mach ihn leiser. Da ist ein Klassiker da. Aber ich muss nur noch schmerzen. 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 Willkommen, Bruder Pieke. Ihr kommt gerade recht, um Zeuge unseres Sieges zu werden. Ist das Ritual erst beendet, gehört die Flotte von Kulthiras Königin Ashora. Schnell, haltet ihr auf, bevor die Flotte verlogen ist. Jaaas. H degradiert werden. Ich nenne das kaum, dass ich in der Hand flotte. Aber da wird das nicht so weit liegt. Danke, dass ich die Flotte beschwird. Und da ist alles nichts. Sieg Zeit, wie sie nicht zu bei uns. Oh shit. Ist das so gut? Ja. Niemand wird im Sturm standhalten! Die Winde stärken uns stets den Rücken! Die Winde stärken uns stetsen! 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 Die Winde stärken uns stets den Rücken! Die Winde stärken uns stetsen! Das ist ein Robo. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh 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 Die Flotte von Kul Tiras gehört bald euch, meine Königin. Mir scheint, ihr habt Gäste, Lord Sturmsang. Herr, stoppt diesen Wahnsinn! Die Flotte von Kul Tiras darf nicht der Dunkelheit anheimfallen! Na, wir müssen aufs Meer zurückkehren und Königin Asshara verleiht uns die Macht dafür. Zum letzten Mal, schließt euch mir an oder sterbt. Niemals! Dann versenke ich eure Leichen in den schwarzen Tüten, wo sie auf ewig gematert werden. Die Flotte von Kul Tiras Bist du? Sie sind gut, der Bist du? Sie sind gut. Das war's. Das war's. Die Flut gestellt, Herr. Jetzt reißt Ihre Macht euch in die Tiefe. Etwas stimmt nicht. Die Dunkelheit wuchert hier noch immer. Seid auf der Hut, Helm. Wie nett von euch. Im Dunkeln lauert noch immer Böses. Wir müssen handeln, um den Schrein von seinem Einfluss zu befreien. Schrecklich. Die Dunkelheit wurzelt. Die Pestilenz wandert. Der Durchgang ist offen. Bei der Gezeiten, Mutter. Hört nicht auf sein Raunen. Dieses Übel will euch die Seele rauben. Ja. Die Dunkelheit. Und zwar zum amounten Raunen. Das ist ja gut. Drei Typen. 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 Mit meinem Willen, Tropfen, genießt euren Sieg. Es wird euer Letzter sein. Ich spüre, wie die dunkle Paisenz sich zurückzieht. Der Schrein wird wieder heil sein. Ich spüre, wie die dunkle Päume und die dunkle Päume. In diesem Jahr, die dunkle Päume der Kampagne der Kampagne steigt. Ich bin der Kampagne der Kampagne. Ich bin der Kampagne. Ich bin der Kampagne. Das war's für heute. Barsen? Krass mal. Muss bestimmt ganz schön düster da unten sein, ey. Hast du das von Katrin gehört heute noch schon? Nee. Hä? Oh, das ist so erschreckend. Oh, das ist so erschreckend. Oh, das ist so erschreckend. Oh, das war's für mich. Oh. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Oh 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 Kloosig. Bleib sauber. Redet mit mir. Man sieht sich. Hey! Wie geht's? Hm. Hm. Mögen eure Reisen sicher sein. Hey! 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 Das war's für heute. 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 Wo, wo denn? Das war's für heute. 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 Okay. Alles klar, Jett. Hallo, mögen die Reisen sicher sein. Die Horde wird fallen. Die Horde wird von der Karte geflogen. Die Horde wird von der Karte geflogen. Das war's. Das war's. Wir sind die Söhne und Töchter der Allianz. Das war's. Möge das Licht mit euch sein. Die Söhne und Töchter der Allianz. Die Söhne und Töchter der Allianz. Das war's. Die Söhne und Töchter der Allianz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr könnt mich immer dort finden, wo was los ist. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich krieg's einfach nicht mehr. Es ist noch nicht mal 10. Gibt's ja nicht. Naja. Es gibt's ja nicht. Oh, die Wahrheit ist da draußen. Oh, das ist ja nicht mehr. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das weiß ich noch nicht. Aber so lange kann's nicht mehr dauern. Das war's für heute. 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 Ich habe's für heute. Das ist die Schachter, die die Schachter und die Schachter und die Schachter und die Schachter. Das ist die Schachter und die Schachter und die Schachter. Die Schachter und 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 die Schacht Ich habe schon ein Fehler. So, sind ja ganz schön viele. Vielen Dank. 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 Hi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020